Wo bist du rechts, links? Ich bin links hoch. Ich bin rechts hoch. Wir können auch vor uns gleich schon kommen. Jaja, wir können überall ab jetzt. Ab jetzt ist Fake. Ich geh erst nach vorne hin. Schau nach vorne, ich bin noch draußen. Hast du Taschenlampe an? Ich hab Taschenlampe an. Ich steppe, leise. Und da wo wir kamen. Zwei, ich lass sie durchlaufen. Ja, einer durch, zwei durch. Und der kommt zu mir rein, safe. Ich hab einen, der andere ist da auf dem ersten. Ich hab einen. Ne, das war ein Scaife, das war... Ne, ich hab ein Spiele. Ich hab den Scaife alle tot. Ich komm kurz rein. Ne, 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 warte. Ich komm kurz. Okay, hab den Scaife auch. Perfekt, schön gespielt. Also, ich hab dich so nice durchlaufen lassen. Du steppst? Ich renne. Reise? Ich steppe. Können wir steppen? Ist du in den Büros drin? Nein. In den Büros ist er drin. 100% sure. Also, wo bist du? Ja, okay, GB Breki. Ich bin vor den Büros, ich geh rein, das war eine GB Breki. So. Bist du tot, oder was? Bist du tot, oder was? Im Ernst? Der hat mich gewandet. Also, no chokes. Der hat mich gewandet. Also, no chokes. Der hat mich gewandet. Nein, mir gehört Helm, Rucksack, die Face 7 und natürlich die Magazine von der Sniper und die Sniper. Ja, okay. Die verstecke ich mal rein. Okay. Aber ich nehme nicht gut Pistol. Auf jeden Fall. Möble, ich nehme mit. 1 Spieler 2 Spieler Schloch Schloch Zeig wenns wieder ruhig ist Ja, leider hab ich nicht gehört Ok Da gehen wir auf irgendwas geschossen Ich weiß nicht ob er ist Keine Ahnung Und Schussi oder Oder eine Portetschussi Fuck hier sehe ich halt nicht viel Doch ja oder was Ja ja ich hab noch was rein Ich pack den einfach ein, der hat gutes Schritt dabei Oh Ah, da hätte ich ja Shit Ich bin natürlich auf dem Scheffern Oh so genau pfff 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 tot? ne aber? der hat mega geile shit dabei schön zu hören, schön zu hören, auf gehts hier korrekt schweiß jetzt holst du nicht auf oh shit bieist Oh, hallo, woher? Woher, da sehe ich, hallo? Cheat? Ich kenne diesen Welden. Äh, der Typ, den ich gelootet habe, der hat die 6B43. Die Arsch-Täuber oder was da. So, jetzt muss ich... Der hat einen Looty und einen Roster aus dem Mieze. Ja, ja. Oh, na, na, na. Noch einer? Ja. Ach, guck, das war ein Skeft. Pass auf, also ich spreche aus Erfahrung, Skefts sind gefährlicher als BD. Ja, aber nicht schon. Aber ich muss jetzt langsam echt... Wie viel wiegst du? 60, 70? Na, das kann wenigstens sein, M4 spielt. Ah, ist kein M4, so. Was soll? 5, 70, 70, 70, 70, 70. Guck, das... Hier, ich hab's. Guck, das... Halt, das ist... Guck, das ist... Guck, das ist... Guck, das ist... Guck, das ist... Fuck, wenn ich nachladen muss, muss ich halt nachladen. Wenn man liegt da drin, dann halt nicht so. SP-6, oder? Äh, äh, gemischt, SP-5, SP-5. Ja. Guck, vielleicht schon mal 10, oder? Ja. Es ist... Ist ja russisches Fest, ne? Was der... Soll sagen. Die Russen. Will ich grad'n Spieler mitgelegt? Ja, was ist denn Sk-8? Wie hättest du hier grad alles an? Ich hab eigentlich... Kein Lust... Nachzuschauen, was das reicht mit das One-Scape. Schön von dir noch gemacht. 10.000 SP, alles klar. Ne, ist One-Scape am Ende. Du hast ja... Healing Spree. Fünf-Spieler. Alter, Clawby war mal... Der hat halt die ganzen Raiders getötet, so. Und nur gelootet. Da war MVP tot auf Labs. 25.000 SP. Ah, alles klar. Geh mal Discord, Alter. Ich muss die Dinge zählen. Mhm. Ich hab grad so Bock auf die Wache. Von tun Vasiska. One-Scape.